Der Kosten- und Risikoübergang bei der Lieferklausel Freihaus. Inko-Terms bzw. Lieferklauseln regeln einerseits den Kostenübergang und andererseits den Risikoübergang. Die Klausel Freihaus bedeutet, dass der Verkäufer für die Auslieferung der Ware verantwortlich ist. Und dementsprechend trägt bei dieser Klausel auch der Verkäufer die Kosten für den Transport. Also bis zur vollständigen Ablieferung bzw. Auslieferung. In Bezug auf die Risikoübernahme, also wer trägt das Risiko des Transportes, gibt es hier etwas unterschiedliche bzw. diskussionswürdige Auseinandersetzungen. Und dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es hier keine gesetzliche Regelung gibt. Aber laut einem Urteil des obersten Gerichtshofes ist oder trägt das Risiko für den Transport bis zur vollständigen Ablieferung ebenfalls der Verkäufer. Dementsprechend ist bei der Lieferklausel Freihaus sowohl der Kostenübergang als auch der Transportübergang erst nach vollendeter Auslieferung.